Ahoi ihr Städtebauende und Bausteinfreunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe euch heute ein neues Set von Januar 2024 mitgebracht. Lego City 6043-1 am 01.01.2024 ist dieses gute Stück sozusagen erschienen oder wird erscheinen, je nachdem wann ihr das Video hier jetzt seht. Es ist der Weltraum Rover und dazu gibt es ein paar Außerirdische. Die zwei wichtigsten Fragen vorab. Was hat Space mit City zu tun? Okay, wir bauen wahrscheinlich eine Stadt im Weltraum. Hätten wir das also schon geklärt? Ansonsten finde ich es immer wieder witzig, was City mittlerweile eigentlich alles ist. Aber darum soll es gar nicht gehen, das ist nicht schlimm. Ich finde es okay. Ich finde es cool, dass wir diese Themenreihe Space haben. Gar kein Thema. Die zweite wichtige Frage ist, schaut mal, ich habe ein neues Cap. Steht mir lila? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ja, mal schauen, ob das farblich... Wir werden sehen. Ich bin gespannt, was ihr zu meinem neuen Cap zu sagen habt. So, da wir die wichtigen Sachen jetzt geklärt haben, kommen wir zu den noch viel wichtigeren Sachen. Wir haben endlich wieder Spaß mit Lego City. Also ich auf jeden Fall. Und ich muss sagen, 2023 in der Januarwelle hat es für mich schon angedeutet, dass es besser wird bei Lego City. Jetzt 2024 bestätigt sich das für mich, es wird wieder besser bei Lego City. Wir haben auch Schmarrn dabei. Ja, es ist so. Das ein oder andere Set können wir direkt in die Tonne holen. Aber es gibt auch Sets dabei, wie das hier. Die sind richtig, richtig cool. Okay. Neues Jahr, neues Glück. Wer meine Videos bisher immer geschaut hat, wird wissen, dass eigentlich jetzt hier die Zahlen, Daten und Fakten stehen. Mache ich jetzt nicht mehr. Wir schauen erstmal, was das Set so kann. Wie viel Spaß wir damit haben können. Und im Laufe des Videos, Richtung Ende, werdet ihr die Zahlen, Daten und Fakten dazu finden können. Ihr könnt also während des Videos einfach mal schauen und überlegen, was euch das Ding so wert wäre. Oder im Ende seht ihr dann, ob der Preis mit euren Vorstellungen d'accord geht oder er nicht so. Wer ungeduldig ist, kann in den Timesteps nachschauen. Da steht auch, wann die Preise von mir quasi einmal aufgeschlüsselt wären. Aber gucken wir uns erstmal das Thema an. Was wie immer so sein wird, ist, dass wir uns erst die Verpackung angucken, die Anleitung und dann das Set. Genau. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee. Und wir gucken uns an, was ich schon wieder fies finde von Lego. Was ich wirklich richtig fies finde. Aber das ist nicht besonders schlimm, weil der Preis trotzdem okay ist. Also, gucken wir erstmal. Die Verpackung. Wir sehen es ganz groß. Es ist Space. Es gibt wieder neues Lego Space. Für alle Nostalgiker, es ist nicht das Space von früher. Aber das muss es auch nicht sein, das darf es auch nicht sein, das soll es auch nicht sein. Wir haben neue Space. Damit bin ich sehr zufrieden. Mal schauen, ob es länger als ein Jahr im Markt bleibt. Ich hoffe sehr. Wir sehen vorhin drauf unseren coolen Buggy hier mit Technikfunktion. Mehr als so manches Technikset. Sehr cool. Und wir sehen vor allem, wir haben Aliens dabei. Es sind eigentlich nur Minifiguren und Köpfe mit irgendwelchen komischen Stutznoten dran. Aber es ist Aliens. Er macht Fotos davon. Genau, so sieht es aus. Er oder sie. Sie, glaube ich. Er sitzt hier vorne drin. So ist es. Und da haben wir alles drauf. Hier steht sogar noch, wie das Set heißt. Haben wir irgendwie auch nicht mehr immer, glaube ich. Von hinten sehen wir nochmal so ein paar andere Bilder, was das Ding so alles kann. Jo. Ihr hört es klappern. Da sind so ein paar Einzelteile drin. Klar, die Ersatzteile gibt es immer mit dazu. Anleitung. Auch easy going. Wir haben zwei kleine Heftchen. In Heft 1 bauen wir die kleinen Aliens und so ein Mini-Auto und eine Figur. Und Heft 2 dann unseren Rover. Ich nenne ihn Buggy manchmal. Ist egal. Rover, Buggy. Ihr wisst ja wahrscheinlich, was ich meine. Übrigens, spannende Teile gibt es hier. Und spannende Farben, glaube ich. Wir werden es gemeinsam mal erörtern. Ansonsten Lego-typische Anleitung. Es wirft keine Fragen auf. Relativ wenige Teile pro Bauschritt. Und dann wird fröhlich vor sich hingebaut. Manche Sachen sind umrandet. Manche Sachen sind mit Pfeilen dargestellt. Ich habe hier keine Probleme gehabt. Und ein 6-plusjähriges Kind sollte auch keine Probleme haben. So. Ich habe euch das Set ja auch schon im aktuellen Lego-Katalog gezeigt. Hier drin. Dort. Da sehen wir einmal die ganze Space-Übersicht. Und mir ist aufgefallen, Nanu, das ist gar nicht alles von Space. Lego hat offenbar wieder ein paar exklusive Sets. Die Sachen, die hier im Katalog drin sind, sind ja die, die es überall in jedem Handel der Lego-Anbieter irgendwie geben soll. So habe ich es verstanden. Nun haben wir aber auf der Lego-Homepage. Und wir werfen mal einen ganz fixen Blick dahin. Auch noch Folgendes am Start. Ich habe mal hier so ein bisschen geschaut. Schaut mal. Wir gehen mal hier rauf. Demnächst erhältlich bei Lego. Da klicke ich mal drauf. Und dann gehen wir auf City. Und hier können wir jetzt sehen, dass da noch was kommt. Commando Rover mit Ladekran. Ja. Das Ding wird offenbar dann irgendwie in irgendeiner Form, glaube ich, exklusiv bei Lego sein. Oder teilexklusiv sein. Nicht nur, also nicht in allen möglichen Shops erhältlich sein. Sondern nur bei Lego und bei diversen ausgewählten noch. Teilepreis hier übrigens unter 10 Cent bei dem Ding. Und das ist auch ein richtig cooles, großes Teil. Warum sage ich auch? Ja, weil der Kleine, den ich euch jetzt hier zeige, auch wirklich richtig cool ist. Und damit kommen wir nun zum Eingemachten. Warum finde ich das Ding so nett? Also wir schauen uns erst mal dieses kleine Teil hier an. Das ist so eine Oberfläche auf dem Planeten. So eine Planetenoberfläche, wie auch immer. Da stehen unsere kleinen Aliens. Die sind hier lose. Die kann man jetzt nicht aufnoppen. Die stehen einfach nur so rum. Sind aber echt irgendwie putzig und cool. Machen wir was ganz anderes. Kleine Alienfiguren. So ein bisschen wie die Albtraubengenome von Lego Dreams. Von der Machart her. Also nur ein Kopf und ein sehr kleiner Körper hoch und weggeflogen. Magische Aliens. Genau, dann so einfach so eine kleine Plattform hier. Genau. Wir haben dabei auch noch zwei Minifiguren. Ich lasse sie mal drin und zeige sie euch zum Schluss. Dann könnt ihr sehen, dass sie hier eigentlich auch reinpassen. Also das ist unsere Alien-Insel hier. Und dann dieser richtig coole Buggy. Guckt euch mal dieses Ding an. Diese riesengroßen Reifen erst mal. Diese Reifen gab es übrigens das letzte Mal 2020 in dem Ninjago Set 71-699. Der Donnerräuber. Jetzt haben wir die wieder hier mit am Start. Sechs Stück gleich hier mit dabei. Und was für große Dinger. Übrigens, die Lenkräder hier unten drunter in den Felgen, diese Technik-Lenkräder, haben eine interessante Farbe. Die gibt es so bisher noch nicht. Und generell haben wir diese Farbe auch hier überall an dem Auto. Und beim Bauen dachte ich mir schon so, Mann, ist das eine coole Farbe. Die sieht ja ziemlich geil aus. Und wisst ihr was? Ich kann die gar nicht benennen. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist. Es ist kein Dark Orange. Sieht mir aber jetzt auch nicht wie ein normales Orange. Ist es ein ganz normales Orange? Es wirkt so ein bisschen dunkler und rötlicher als ein normales Orange. Ich weiß nicht. Ich habe in der Brickling Farbliste irgendwie was von Neon Orange gelesen. Was aber noch nicht so richtig im Markt ist. Keine Ahnung. Wenn es ein normales Orange ist, gefällt mir Orange. Offenbar bei Lego. Auf jeden Fall ist die Farbe für die kleinen Lenkräder hier neu. Ich packe euch auch mal die Item-Numbers von Brickling in die Videobeschreibung unten rein. Also von den Reifen, von den Rädern, von den Lenkrädern. Dann könnt ihr euch also selbst mal anschauen, was es da so gibt. Wann es die gab und welche Farben die so hatten bisher. Auf jeden Fall. Was meinen Dingen richtig gut gefällt ist, natürlich, was ihr schon sehen könnt, das Fahrwerk. Ich meine, das Teil hat vorne Federung. Das hat hier zwei Stoßdämpfer. Links und rechts. So eine Federeimer. Und hinten eine Pendelachse, die auch noch getrennt voneinander beweglich ist. Also beide Seiten getrennt voneinander. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Das sind ziemlich viele Funktionen für ein City-Fahrzeug. Hier vorne auch getrennt von der anderen Seite beweglich. Dadurch kriegen wir folgendes einmal hin. Ich kann das Ding hier drüber fahren lassen. Ihr seht ja, die Reifen federn und wippen und bewegen sich. Und der ist wirklich richtig cool geländegängig. Also da als Kind in einem Gelände irgendwo rumtoben. Eine Platte irgendwie aufbauen, wo Steine drauf gebaut sind. Und dann drüber düsen und die Räder federn und bewegen sich. Oder über den Fußboden, über den Teppich, über das Haustier drüber. Keine Ahnung. Alles möglich. Schwanz von der Katze, das wird hier wunderbar durchfedern. Gar kein, gar kein Thema. Sehr cool. Die Antenne übrigens ist hier in dem Fall so ein Schwert, so ein Degen. In Flat Silver, so wie es aussieht. Das Teil hat noch ein paar mehr Funktionen. Übrigens sehr raffiniert finde ich sogar. Hier vorne haben wir so einen kleinen Scheinwerfer. Das ist so eine Trans-Clear-Fliese. Aber dieses Element ist gleichzeitig so ein Technik-Connector, der den oberen Brick mit dem unteren hier verbindet und damit Stabilität erzeugt. Und gleichzeitig fungiert es hier als Lampe. Sehr witzig gemacht. Wir haben ein paar Drucke tatsächlich. Wir haben auch Aufkleber. Hatte ich Aufkleber? Moment, ich muss ganz kurz nochmal gucken. Ja, nein. Offenbar hatte ich keine Aufkleber. Ich kann es glauben, es sind alles Drucke, was wir hier haben. Lego, was ist los? Mensch, cool. Einmal hier oben, unser Space-Symbol ist ein Druck. Dann haben wir hier, guckt mal, dort eine Akku-Anzeige und auch auf der anderen Seite eine Akku-Anzeige. Ich hole es dann raus. Dann könnt ihr das besser sehen. Die sind beide identisch. Das sind quasi die Energiezellen von unserem Rover. Bedruckte Fliesen. Die wird es jetzt wahrscheinlich so in der Form öfter geben. Was können wir noch machen? Ich kann hier vorne einmal die Scheibe abnehmen. Steinequalität ist übrigens tip-top. Hier haben wir auch eine schöne, klare Scheibe, also Trans-Black. Ein paar Mini-Kratzer sind hier drauf von anderen Steinen. Ansonsten super. Verbaubarkeit super. Ich habe das Gefühl, dass die Klemmkraft wieder ein bisschen höher geworden ist jetzt bei Lego. So ein bisschen fester, aber wirklich noch super gut zu bauen. Hier drin kommt dann die erste Minifigur zum Vorschein. Das ist in dem Fall jetzt hier ein junger Mann. Der sieht so aus. Auch ziemlich cool designt, wie ich finde. Auch die Beine bedruckt sogar. Einen schicken Helm hat er auf. Extrem cool. So ein Rucksack hinten drauf. So ein Weltraum-Rucksack mit Sauerstoff wahrscheinlich. Wie auch immer. Sehr nett. Er saß hier gerade am Steuer. Und dort am Steuer haben wir auch noch eine bedruckte Scheibe, die die Monitor dann eben darstellt. Sitze haben wir keine. Wir haben nur vorne so eine Einklemm-Elemente für die Beine. Die Figuren müssen ein bisschen schräg drin liegen, damit sie hier drin Platz finden. Das stoßen die Köpfe am Dach an. So. Ich kann das hier oben auch noch abnehmen. Und zum Vorschein kommt hier unsere zweite Minifigur. Jetzt eine junge Dame mit Fotoapparat in der Hand. Auch die will ich euch natürlich jetzt hier nicht vorenthalten. So. Auch bei der guten haben wir wieder bedruckte Beine. Man glaubt es kaum. Rücken wieder. Sie hat ein bisschen was anderes hinten drauf jetzt. Drauf montiert. Auch eine bedruckte Fliese noch. Moment. Zack. Da hinten. Scheint ein Solarmodul oder sowas zu sein. Auch hier wieder ein Druck am Start. Geil. Das ist echt geil. Ansonsten sieht das hier so aus. Auch von den Farben her sehr ruhig. Ich habe keine Farbkodierung irgendwie wahrgenommen. Ja. Ich habe ein paar braune Achsen sowas drin. Und die Pinsel manchmal Tenfarben. Aber okay. Sonst habe ich dieses Orange als Farbakzent. Was aber keine Farbkodierung ist. Also hier keine Farbeskalation in irgendeiner Form. Also für jeden der die Farben nicht mag. Wenn sie drin sind. Hier haben wir keine bunten Farben drin. Und dann. Was ich immer richtig cool finde. Ich habe eine kleine Garage hier hinten. Ich kann das hier einmal aufklappen. Ja. Und da drin ist so ein kleiner Mini-Rover. Der dann auch nochmal auf Erkundungszoo geht. Und hinten am Poppice hängt ihm noch ein Akku dran. Und dann eine Batterie mit zu einer bedruckten Fliese wieder. Genau. Also er fährt da wahrscheinlich so rum. Und hier ist einfach der Akku dran. Wird vielleicht über den Rover hier aufgeladen. Das Ding kann auch so ein bisschen. Also. Die Räder drehen sich nicht. Das sind Fliesen. Das sieht nur so aus wie Räder. Genau. Dann haben wir den kleinen Zwerg hier auch mit dabei. Den setze ich mal wieder hier rein. Kann ich von oben machen. Komme ich da besser dran. So. Klappe zu. Klappe zu. Klappe. Klappe zu. Und ehrlich gesagt. Mehr brauchst du nicht. Ich als Kind. Ich weiß das ganz genau. Hätte unheimlich viel Spaß mit diesem Ding gehabt. Allein schon die Reifen hätten mich sowas von begeistert. Und ich weiß genau. Mit diesen Reifen hätte ich ganz schnell irgendwas anderes gebaut. Irgendwas dickes, großes. Wo diese Reifen noch mehr zu Geltung kommen. Und noch wuchtiger und cooler aussehen. Wahrscheinlich irgendein abstraktes Mondfahrzeug. Oder was weiß ich. Ich hätte das sofort umgebaut. Ich hätte damit gespielt. Es ist auch cool. So kann man auch ein bisschen rumdüsen. So eine kleine Spinne, die angreift. Ja. Auch das geht. Hier vorne kann man so ein bisschen wackeln mit. Naja. Und dann hätte ich es irgendwann umgebaut. Das ganze Ding ist aber super stabil. Und wenn ich es so rumdüse hier. Das macht einfach richtig Bock. Das macht sogar mir Bock als Erwachsener. Das ist cool. Finde ich sehr schön von Lego. Gestaltet, designed, gebaut, umgesetzt. Schöne Farben, schöne Steine. Große Steine. Ich habe hier echt was in der Hand. Und das gibt ein gutes Gefühl. Und jetzt kommen wir mal zur Preisgeschichte. Die killt Lego ja ganz oft. Weil, machen wir uns nichts vor. Die Preise von Lego, auch gerade bei City Einstiegsegment, sind sehr hoch. Und viele Familien können und wollen sich sowas einfach nicht leisten. Ich meine, es ist unheimlich teuer teilweise. Aber, ich sage ja bei Lego immer, alles über 10 Cent pro Teil und pro 100 Gramm über 10 Euro ist viel zu teuer. Ist echt zu hoch. Alles, was sich unter der magischen 10 bewegt, ist für Lego-Verhältnisse normal und okay eingepreist. Und wenn es Rabatte drauf geben sollte, bekommt man hier wirklich gute Preise. Und, juhu, wir können uns freuen. Denn das ist hier der Fall. Und jetzt blende ich euch einmal alles ein. Und da seht ihr nochmal, was es genau ist. Set Nummer, Name des Sets und der Preis vor allem. Die UVP. Wir sind hier bei 29,99 Euro. Hätte ich das so gesehen, hätte ich locker gedacht. Na, 35, 40 Euro würde Lego hierfür bestimmt nehmen. Nein, es sind 30 Euro bei 311 Teilen. Das macht einen Teilepreis von 9,64 Cent. Wir sind also unter 10 Cent bei City. Das ist gut. Oft genug waren wir über 10 Cent. Wirklich weit über 10 Cent. Und das geht nicht für City. Das geht einfach nicht. Jetzt wieder unter 10. Sehr, 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 sehr cool. Vor allem, wenn wir betrachten, dass wir hier sehr große Steine, diese sechs großen Räder drin haben. Sowas hat sich Lego in der Vergangenheit sehr gut bezahlen lassen. In der Regel haben wir dann Teilepreise von 12 bis 15 Cent gehabt, wenn solche großen Formteile irgendwie mit drin sind. Und wir haben auch noch die Scheibe dabei. Wir haben auch noch dieses große Elementchen mit dabei. Das sind alles große Steine, die den Teilepreis eigentlich in die Höhe treiben. Auch hier unten nochmal so große, größere Wannen, Formen, Elemente, wie auch immer. Wie gesagt, dann haben wir alles Drucke und das sorgt normalerweise für hohe Preise. Hier haben wir jetzt normale Preise. Hier wird es wahrscheinlich um die 30 Prozent Rabatt drauf geben können demnächst. Und damit, hey, kommt Leute, habt den unschlagbaren Teilepreis für ein Lego-Set. Noch besser wird es, wenn wir uns den 100-Gramm-Preis anschauen. Durch die großen Steine wiegt das Set 371 Gramm. Damit sind wir bei für Lego nur 8,08 Euro pro 100 Gramm. Auch hier ein richtig guter Gewichtspreis. Wir haben auch Federn drin. Ich meine, stoßt einfach alles mit am Start. Ich finde, bei diesem Produkt hat Lego alles richtig gemacht. Meine persönliche Meinung. Vom Konzept her, vom Design, vom Bau und von der Preisgestaltung her keinen Fehler. Ich muss zugeben, ich habe es auch schon öfter gesehen, dass Einführungen neuer Themenwelten immer günstiger sind, als nachher die zweite Welle. Sie führen jetzt gerade Space ein. Erfahrungsgemäß ist das günstiger. Wollen wir mal schauen, wenn eine zweite Welle Space kommt, ob sich der Teilepreis dann so halten kann oder ob es dann wieder nach oben geht. Denn sogar bei dem exklusiven Set, was ich euch vorhin gerade zeigte, haben wir einen Teilepreis von unter 10 Cent. Das ist untypisch. Ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe, die Lobgesänge von mir kommen bei Lego an und sie verstehen, was die Leute möchten. Und ich hoffe, ihr seht es genauso wie ich. Und wenn nicht, kann ich damit leben. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sowieso gespannt, was ihr zu dem Set sagt und zu diesem Video. Ticket gerne drauf los. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns bestimmt ganz bald in einem nächsten Video wieder. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das kommt. Ich habe auch schon die Gefängnisinsel da hinten gebaut. Es haben sich viele gewünscht. Nachdem ich die gebaut habe, habe ich daran gesehen, dass sich auch viele die Space-Station gewünscht haben. Die kommt auch noch, steht dahinter. Und der LKW da oben wird auch noch kommen. Also seid gespannt. Viele tolle neue City-Sets auf meinem Channel hier im Januar für euch. Ich habe richtig Bock drauf. Und bis jetzt hier hat es schon sehr viel Spaß gemacht. Und bei der Gefängnisinsel hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Die ist auch cool. Dazu komme ich aber in einem anderen Video oder kam schon dazu. Je nachdem, welches zuerst online geht. So, jetzt aber. Macht's gut und Tschüss. Alles Gute hier von eurer Steinküste.